Hallo, wir spielen heute wieder Ori and the Blind Forest. Ja, und das letzte Mal waren wir hier. Und wir versuchen jetzt eigentlich im Endeffekt unser Männchen mal hochzupäppeln. So, zack. Okay. Der ganz oben. So. Zack. Hm, was haben wir denn noch? Das da. Da oben haben wir noch etwas. Okay. Okay. So. Oh, naja. Hm, 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 hm. Hm, hm, hm. Ach, Mensch. Soll's ich doch nur festhalten, mein kleiner Ohr. Ach. Wird es wohl nie verstehen. Wird es wohl nie verstehen. Also entweder spinnt hier der Ori oder der Controller funktioniert nicht. so. 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 So, zack. So, und jetzt. Hm, hm, da hinten irgendwo hoch. Aber da kommen wir gerade nicht hoch. So. 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 Sorry. So. 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 81%. Also hier gibt es schon noch jede Menge. Aber nur nicht für uns. Okay. Dann würde ich sagen, arbeiten wir uns mal nach oben. So, zack. Zack. Und weiter. Okay, so. Gut, dann wollen wir einmal wieder hoch. So, zack. Ach. So, da lang. Und weiter. Naja, okay. So. Müssen wir wohl da lang? Ja, anscheinend schon. Okay. 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 So. So, zack. Okay. So. Und los geht's. So, aha. Das gefällt mir. Eine Lebenszelle. So. Und, ah, 92%. Okay. Jetzt können wir da noch... Oh, na. So. So. Ach, so. Einmal. Ähm... Ja. Okay. Spitze stacheln, spitze stacheln. Ja. 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 So. Hm. Hm. Da hätten wir auch eine Lebenszelle. Ich verstehe nur nicht, wie man da hochkommen soll. Das ist so schon mal nicht. Ach, okay. So. Sauber. So, das gefällt mir jetzt richtig gut. 96%, okay. Ach. Jetzt fühlt man sich schon viel leichter. Hm, zack. Ähm, ja. Okay, da oben ist wieder ein geister Licht. Das gefällt mir hier alles sehr, sehr gut. Flupp. So. 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 Okay. 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 Ja, 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 ja. Ach, wir sind wieder in unserem schönen alten Tal. Und gehen drauf. Klar, wieso nicht? Also, da müsste man da hinten rum und da. Tja, also noch mal zurück. So. Schnell speichern. Äh, ja, klar. Oh, okay. So. Oh, boah, meine Güte. Boah. Okay, und genau da können wir jetzt anscheinend noch mal hin. So. Zack. Hier muss gespeichert werden. So, und dann gehen wir weiter in den tiefen Wald. Gila? Ja. So. Der Dorn. So. Zack. Ach. So. Boah. So. Noch eine Zelle. Blöde. Hm. Okay. Nee. Nee, 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 nee. Kann ich da hoch? Nein. Nein. So. Meine Güte. Da oben müsste man auch noch mal lang. So. Ich weiß das wirklich sehr zu schätzen. Okay. Ach. So, tödliche Detonation. Alles klar. Alles klar. Was haben wir denn hier? Alles klar. Noch eine Fähigkeitenzelle. Boah, was gibt's denn hier alles noch? Naja, da komm ich irgendwie nicht hoch. Ähm. Naja, das könnten wir noch mal eventuell überprüfen. Also, das versuchen wir jetzt noch mal. Okay. 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 Oh, meine Güte. Oh, meine Güte. Boah. So. Mein lieber Johnny. So. Noch eine Lebenszelle. Oh, meine Güte. Oh, meine Güte. Das hat hier überhaupt gar kein Ende mehr. Hm. Okay. Da unten gibt's auch noch jede Menge. Da müssen wir auch noch mal hin. Aha. So. Die Ultraverteidigung. So. Und jetzt gleich Seelenmeister. Alles klar. Boah, ähm. Energieeffizienz. Oh. Machen wir mal. Ich würde vielleicht gleich noch mal erst mal ein auf Kampf und dann gehen wir hier hoch. Wie können wir denn da lang? Wir können eigentlich da wieder zurückgehen. Genau. Dies machen wir mal. Sack. So. Mhm. So, ihn hier haben wir. Schwupp. Da oben ist etwas. Oh, okay. Danke. Noch mehr Lebenszellen. Okay, es geht hier aber noch weiter. Nee. Okay. Zack. Hm, okay. Wie macht man die jetzt noch mal kaputt? Nee, das weiß ich nicht. Das weiß ich nicht. Hm. Aber wie kommt man dann da? So. Da unten ist dieser Balken. Und da hinten... Geh ich hier... Bäh. So. Was ist damit? Da können wir natürlich auch nicht lang. Huh. Okay. Okay. Ich wette, da oben ist so ein Schalter. Und deswegen versuchen wir jetzt mal da hoch zu kommen. Und da unten ist so ein Box. Ach. Wie das? No. Natürlich nicht. Tja, dann weiß ich auch nicht, wo es lang geht. Hier haben wir 99%. Ich verstehe nicht, wieso wir da nicht 100% haben. 96%. Ja, da ist aber noch ganz schön viel geisterlich. Naja. Naja, 95% haben wir dann da. Da müsste man irgendwie noch hinkommen. Dornensumpf. Dornensumpf. Waldsinke. Waldsinke. Waldsinke, Waldsinke. Alles Waldsinke. Okay, da wird mal hier. Gehen wir jetzt mal hin. Hm. Warte mal, wo sind wir? Ähm. Unser Spiel ist da. Okay. So. So. Hm. So. Okay, da hinten ist auch noch was. Da gehen wir jetzt mal hinten. Hm. Tschüss, meine liebe kleine Krähe. Hm. So. Zack, da wären wir. Und noch einen runter. Zack. Ja, genau, noch einen runter. Schwupp. Die Wupp. Zack. Zack. Ähm. Hm. Ach, ich warte jetzt noch mal, bis so einer hinspawnt. So, genau. Jetzt müssen die Viecher eigentlich wieder da sein. Sind sie aber nicht. Okay. So, da geht's lang. So. So. Aha. Sehr schön. So, zum Abschluss machen wir jetzt hier noch die Zunderflamme. So. Ach, die sieht jetzt anders aus. Okay. Okay. Oh, das gefällt mir. Das gefällt mir hier wirklich. Diese Energietur wurde von den Geistern der Vergangenheit versiegelt, wenn wir genug Energie sammeln. Achso, ja. Klaro. Ach, du heilige Allo. Wow, 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 wow. Zack. Ja. Gut, ich würde sagen, das wär's dann mit dieser Folge. Von Ori and the Blind Forest. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.